Königin Laetitia musste im letzten Halbjahr einige Affärenskandale über sich ergehen lassen. Nun hat einer ihrer Liebhaber erneut zum Schlag ausgeholt. Die Affärengerüchte um Königin Laetitia, 51, nehmen kein Ende. Der 51-Jährigen werden mindestens neun Affären während ihrer Ehen nachgesagt. Unter den Liebhabern, Bodyguards, Personaltrainer, Journalisten und i-Ex-Schwager Jaime Delburgo, 53. Letzterer soll die Gerüchte-Lawine durch ein Posting auf ex, ehemals Twitter, ins Rollen gebracht haben, indem er behauptete, mit Laetitia eine Liebschaft gehabt zu haben. Nun lässt er eine weitere Bombe platzen. Delburgo war früher mit Laetitias Schwester verheiratet. Mit der Frau von König Philippe, 56, soll er bis 2011 eine jahrelange Affäre gehabt haben. Seine pikanten Details lieferte er dem Autor Jaime Peniafiel, 92, für das Enthüllungsbuch Laetitia und ich, 2023. Jetzt plant er sogar eine mehrteilige Dokumentation. Gegenüber Bild erzählt der 53-Jährige, Wir hatten eine langjährige und exklusive Beziehung, planten unsere gemeinsame Zukunft und wollten eine Familie gründen. Laetitia habe sogar einen radikalen Schritt erwogen, sie bat mich, mit ihr zu fliehen. Und wir haben es versucht. Gelungen sei es ihnen jedoch nicht. Jaime ist entschlossen, mit seinen Enthüllungen die Wahrheit über die spanische Krone ans Licht zu bringen. Kürzlich hat er beschlossen, statt mehrerer Bücher eine Fernsehserie über seine Erlebnisse zu drehen. Auf X erklärt er, dass die Produktion nach dem Sommer beginnen und die fertige Serie 2025 ausgestrahlt werden soll. Tracier Du-Jährige Topete